hi na wunderschönen da bin ich mal wieder euer odin ich begrüße euch zu einem neuen video diesmal geht es um ps4 pro und ps4 slim einige haben gefragt ob ich mir die pro holen werde oder slim ich weiß es nicht zu 90 prozent tendiere ich dass ich mir die pro holen werde jetzt geht es in dem video geht es auch um die vor und die nachteile meines erachtens also ich tue hier nur meine meinung kund ich könnte natürlich ganz leicht umsteigen weil mit der neuen software 4.0 4.0 kommt auch ein tool wieder zurück dass wir von der ps3 schon kennen und zwar daten von einer anderen ps4 übertragen das kann ich euch zeigen da ich ja die beta drauf habe so sieht das aus ich habe auch schon bilder zur ps4 4.0 beta veröffentlicht jetzt mittlerweile habe ich die beta 3 schon drauf und es können folgende daten übertragen werden alle benutzer und einstellungen spiele und gespeicherte daten screenshots und videoclips das ist alles übertragbar dann kann ich auch wieder raus gehen und das befindet sich bei systemen drin also einstellungen auf system und dann ist es der 1 2 3 4 fünfte fünfte punkt von unten also könnte ich so ja schon mal meine daten mit übernehmen das ist ein positiver punkt die ps4 pro hat auch wieder eine blaue leiste nicht in der mitte sowie die normale ps4 sondern wenn man so von vorne guckt also wenn sie denn liegt so länglich ich werde euch ein paar links unten runter verpacken in die video beschreibung packen könnt ihr das sehen die playstation 4 slim hat dieses nicht die playstation 4 slim hat auch nicht den optischen anschluss bei der ps4 pro habe ich die unterseite noch nicht gesehen bei der ps4 slim habe ich die unterseite schon gesehen da sind dann die füße wurde darauf steht wenn man sie hinlegt haben sie jetzt auch darauf geachtet dass sie nicht mehr so kippelt das war echt ein armungszeugnis also lord latest sorry aber ist so die sind jetzt nicht mehr einfach nur linien oder so oder knubbelts die sehen aus wie die playstation tasten also dreieck vier kreis und x ob es bei der pro genau ist weiß ich nicht einige haben uns fragt wegen hdr hat ja dann hdr hdr wird aber auch für die normale playstation 4 und für die slim nachgelegt also das bekommen wir auch die normale ps4 hört auf wird es dann nicht mehr geben die wird dann nicht mehr produziert soweit ich das raus gehört habe sondern wird dann nur noch die slim geben und die pro hdr gut und schön aber es gibt für hdr noch keinen festen standard überhaupt noch keinen also samsung macht diesen standard sony macht diesen standard und wenn sony jetzt sagt wir machen für unsere konsole diesen standard und samsung sagt fick dich wir machen unseren eigenen dann haben wir arschkarte denn passte zum beispiel die ps4 hdr würde denn nicht vernünftig zusammenarbeiten mit einem samsung hdr fernseher weil es da noch keinen festen standard gibt es gibt glaube ich zwei verschiedene oder drei standards aber es gibt noch keinen einen festen standard das ist genau wie damals mit hd film und blu-rays und ihr kennt das ja alles ich weiß nicht wie es aussehen wird also auf der presse kommt von pressekonferenz sah das echt geil aus die grafik aber ob es versprechen halten kann wie auf der pressekonferenz werde ich in der nächsten zeit sehen weil sobald software update 4.0 kommt habe ich erstmal 4.0 ich weiß nicht weil sie haben sich nicht klar ausgedrückt wann dieses hdr für alle konsolen zur verfügung steht die haben gesagt dass jetzt auch für die normalen konsolen nachgereicht wird also dass das per software update möglich ist ich wage auch zu bezweifeln dass dieses dass dieser standard was sie gesagt haben dass diese also wenn man jetzt zum beispiel welche spiel haben sie gezeigt welche schon jahr ab und uncharated 4 und was haben sie noch gezeigt und ein anderes spiel gewesen das wenn man uncharated 4 hat und das in die pro einlegt das man das per patch also per update zu einem 4k spiel machen kann ich wage es zu bezweifeln dass es in der auf dauer so sein wird dass es die spiele in normal gibt und per patch nachgeliefert wird Ich glaube eher, irgendwann werden sie das Interesse dran, also nicht Sony, ich denke mal, die Hersteller werden das Interesse verlieren und sagen, wir machen halt zum Beispiel, nehmen wir mal Assassin's Creed, wir machen Assassin's Creed 4K-Version für die Pro und das andere lassen wir weg. Wird es denn nicht geben? Das wäre dann natürlich wieder ein Nachteil. Ich weiß, also ich glaube nicht, dass es auf Dauer so sein wird, dass es ein Spiel gibt und das kann man einfach per Patch hochpatchen oder irgendwann wird es so kommen, dass man für den Patch Geld bezahlen muss. Das würde ich denen ohnehin zutrauen. Da bin ich noch nicht, weil immer wenn was Neues kam, sind die Spiele teurer geworden. Und da bin ich, ja, da habe ich Angst, wenn ich mir die Pro hole zum Beispiel, dass es dann die erste Zeit läuft und dann irgendwann muss ich für die Updates, ich hole mir ein ganz normales PS4-Spiel, muss ich mehr bezahlen, weil die sind Updates auf Pro-Handel. Oder im Laden gibt es dann Assassin's Creed Pro und Assassin's Creed Normal. Und dann musst du für die Pro-Version 20 Euro mehr bezahlen, nur weil es Pro ist. Ja, also das weiß ich nicht. Also ich glaube auch nicht, dass es ein echtes 4K ist, was Sony uns da liefert, weil dafür ist die PlayStation 4 einfach zu klein. Die Power hat sie nun mal nicht. Ich denke mal eher, das wird wie bei der Xbox One sein. Ja, jetzt werden wieder viele meckern. Xbox One hat Full HD? Nein, hat sie nicht. Die meisten Spiele sind in 800 zu 940 oder sowas. Ich weiß es nicht genau, ich habe es nicht im Kopf genau. Und die Xbox, die rechnet das nur hoch in Full HD, also in 1080p. Es ist aber kein 1080p, es wird nur hoch gepatcht, sozusagen. Und ich glaube eher, dass die PS4 das genauso machen wird. Die wird ein Full HD-Spiel einfach hoch patchen, dann kommt nochmal ein Filter drüber, damit die Kantenglättung da ist und so. Und ja, durch diesen Patch oder so wird es dann halt nochmal ein bisschen, diese HD-Wende drin kommt, diese HDR, hat man ja dann noch ein bisschen bessere Grafik, weil man ja Tiefe sieht und ein bisschen genauer sieht. Aber ich glaube nicht, dass es ein echtes 4K ist. Was mich denn noch reizt an der PS4 ist, dass ein USB-Anschluss hinten ist. Der ist natürlich sinnvoll, wenn man da eine Festplatte anschließen will für seine Musik oder was weiß ich. Habe ich jetzt nicht, aber ich könnte da natürlich eine Controller-Lader-Station anschließen und müsste die nicht hier haben, könnte die da haben. Und dann würde das alles auch funktionieren können. Ich hatte bis jetzt eigentlich außer der PS3 immer die erste Generation. PS1, PS2, PS3 hatte ich nicht die erste, da hatte ich erst die Slim dann gehabt. PS4 wieder die erste, Pro. Ich weiß auch nicht, ob Sony, weil die PS4 sollte ja nur die halbe Wertigkeit Zeit haben von der PS3. Weil die PS3 war um die 10 Jahre da und dann wurde die PS4 ja angekündigt und die PS4 sollte ja eigentlich nur 5 Jahre da sein. Die kam ja jetzt 2013, kam die ja schon raus. Ist jetzt 3 Jahre her, jetzt die Pro. Wenn ich jetzt eine Pro hole und dann in 2 Jahren schon wieder eine neue, weil die PS5 rauskommt, das macht mich so ein bisschen stutzig. Ich bin Technik-Nerd und ich liebe Technik und ich tendiere ja stark dazu, sie zu holen. Will ich gar nicht abstreiten. Aber das muss man alles ein bisschen einkalkulieren. Mein Auto wurde auch noch geklaut jetzt. Wer mich auf Facebook geeditet hat, der weiß das ja. Ist alles ein bisschen doof. Dann kommt jetzt Weihnachten am 10. November kommt die PS4 Pro raus und die Slim, glaube ich, zur gleichen Zeit. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube schon, pünktlich zum Weihnachtsgeschäft ja. Aber ich will ja auch nicht nur für mich mal zu Weihnachten holen. Ich habe eine Tochter für die Musik Oberkufen und für meine Freundin ja auch. Deswegen bin ich da echt stark am Überlegen. Es gibt viele Sachen, die dafür sprechen. Einige Sachen, die dafür nicht sprechen. Bei meiner läuft gut. Ich hätte mir zum Beispiel auch gewünscht, dass, weil es, ich habe, guckt nach technischen Daten zu Pro. Ich habe keine Daten zu Festplatte gefunden. Nur, dass eine 1TB Festplatte verbaut ist. Da müssen wir jetzt auch warten, was Sony sagt. Ich denke mal ganz stark, dass eine 1TB 2,5 Zoll Festplatte drin ist. Da hätte ich mir von Sony wieder gewünscht, dass man mit Adapter oder so, dass man, was weiß ich, ein Adaptergehäuse, was aussieht wie eine PS4 in Kleen und da eine Festplatte drin bauen kann und die einen speziellen Anschluss hat oder was weiß ich, dass man das dann an die PS4 ranmachen kann und das dann irgendwie so Funktion nuckelt, dass man die Festplatte ausbaut und dann die weg ist und dass die externe dann die ist und die dann auch in dem passenden Format verschlüsselt wird. Weil dann könnte man natürlich auch eine 3,5 Zoll Festplatte nehmen. Weil die 2,5 bei der Bauhöhe geht nur bis 2TB. Es gibt auch schon 4TB Festplatten. Die sind dann aber dementsprechend dicker. Die passen in das normale PS4-Häuse nicht rein. Nun weiß ich nicht, ob bei der PS4 Pro daran gedacht wurde, dass man da ein bisschen den Schacht höher macht oder dass man vielleicht, was ich ja nicht glaube, dass da genug Platz ist für eine 3,5 Zoll Festplatte. Weil wenn 3,5 Zoll reinpassen würden, könnte man logischerweise 4TB, 5TB, 6TB, 8TB. Da haben wir dann echt genügend Speicher. Was ich aber nicht glaube. Ich hätte mir da eher so die Möglichkeit gewünscht, externe Festplatte ausbauen, dass keine drin ist. Die interne ausbauen, dass keine drin ist. Und vielleicht hinten an den HDMI, an den USB, eine externe Festplatte anschließen und sagen, das ist meine interne Festplatte, dass diese Einstellmöglichkeiten, man weiß ja nicht, vielleicht kommt das ja noch. Was ich aber nicht glaube. Dass man sagt, das ist meine interne Festplatte. Dass die dann in dem passenden Format verschlüsselt wird. Dass der PC das nicht anerkennt. Wegen den Hackern und so. Oder dass man dann sagt, pass auf, wir kauen hier eine externe Platte hinten ran. 8TB, rennt mit externem Strom. Hat die PS4 weniger zu leisten. Über HDMI 3.0 kommt auch hier noch die Schwindigkeit mit rüber. Das wäre richtig geil, weil da hätte man wirklich genug Speicher. Was ich aber nicht glaube, dass Sony soweit gedacht hat. Weil die wollten den Preis ja niedrig halten. Optisch finde ich die Playstation Pro ansprechender als die Playstation Slim. Ich finde auch gut, dass das Playstation Logo mittig ist und schön groß. Das muss ich sagen, das hat mich bei der PS4 Normal, die ich ja habe, gestört, dass es hinten, ganz klein hinten ist. Und dass auch der Playstation Schriftzug, der Sony ist ja so weiß, den sieht man ja, aber dass der normale Playstation 4, PS4 Schriftzug, der sich auf der rechten Seite befindet, dass der nicht weiß hinterlegt ist. Oder silber. Wäre schon geil gekommen. Wäre schon richtig geil gekommen. Ich hätte es auch geil gefunden, wenn Sony so gewisse Gimmicks aus alten Konsolen mit weiterhin übernommen hätte. PS2 und PS3 hatten ja die Möglichkeit, das Playstation Logo zu drehen. Wenn man sie halt hingestellt hat, konnte man das Playstation Logo, was sich am CD Schacht befunden hat, drehen. Und dann war es so, dass man es vernünftig sehen konnte. Hat man sie hingelegt, hat man sie wieder zurückgedreht. Und dann, das ist ein Gimmick, was mir sehr gefallen hat. Hätte es natürlich wieder, was weiß ich, ein paar Cent teurer gemacht oder so, was weiß ich. Aber ich stehe auf so einer kleinen Gimmicks. Und da finde ich das jetzt toll, dass die Playstation 4 wieder so ein schönes, großes PS Logo hat in Silber. Wenn es auch wirklich Silber bleibt, weil die sieht jetzt matt aus. Nicht, dass sie das dann auch matt lassen und dann einfach nur einfräsen oder so. Das müssen wir erwarten, bis die ersten Modelle davon draußen sind. Aber so im Großen und Ganzen sehe ich für mich nicht den Grund, auf eine PS4 Pro unbedingt umzusteigen. Vor allen Dingen, wenn man VR haben will, VR 300 Euro, also 399 Euro und die Pro 399 Euro. Es war mir aber von vornherein klar, dass VR auf der normalen PS4 nicht so gut laufen wird, wie auf der Pro. Obwohl bei der VR so ein kleiner schwarzer Kasten mit bei ist, der Prozessor, der rendert das alles hoch und macht dann ohne mal ein extra Bild zum Fernsehen. Dass wenn man hier sitzt mit Brille, dass trotzdem noch ein Bild zum Fernsehen ist, wenn man mit einem Kumpel zusammenspielen will. Dass ich jetzt zum Beispiel mit VR spiele, er sieht das Bild ganz normal auf dem Fernsehen und könnte mit dem Controller spielen. Das finde ich dann, ja, da ist ein Prozessor drin und dass das dann halt nicht so funktioniert, schon kurios. Aber war mir im Prinzip klar, weil die PS4, ein bisschen mehr Power hätte ich mir da echt gewünscht. Aber bis jetzt lief es einfach einwandfrei. VR und PS Pro, oh, das wird, oh, oh, oh. Also VR werde ich mir wahrscheinlich nicht kaufen. Wenn ich mir verkaufe, denn definitiv die Pro. Einige haben mich gefragt, Xbox Scorpio oder Pro, definitiv Pro. Wenn ich zwischen denen auswählen könnte, werde ich mir kaufen, weil ich bin kein Xbox-Zocker. Ich mag diesen Controller nicht. Ich mag ihn nicht. Und wo haben wir den denn? Hier und bei der Pro haben sie jetzt auch, hier ist die Lightbar. Da seht ihr ja Odin. Ich habe sie ja abgeklebt. Die ist bei dem neuen Controller, ist die bis hier oben. Also hier so, glaube ich, dann kann man denn von oben, kann man die denn so sehen. Ob die jetzt abdimmbar ist oder so, das weiß ich nicht. Ich hoffe, weil wenn man denn so spielt und das ist abends und hier alle so mega blaue Licht hochkommt, das ist bestimmt echt nervig zum Zocken. Also da muss man mal abwarten, wie das läuft. Obwohl ich es in... Toll, man kann es ja auch abkleben, denke ich mal. Einfach Klebeband drüber und fertig ist. Obwohl ich es in nützliches Gimmick finde, weil bei... Was war denn das? Bei Killzone und... Bei welchem Spiel war das noch? Ich glaube Dragon Age. Ich weiß es nicht genau. Da verfärbt sich die Lightbar, wenn man getroffen wurde. Die wird dann von grün, weil normalerweise ist die ja blau, die wird dann von grün auf rötlicher, rötlicher, rötlicher. Bis feuerrot und dann ist man dort. Ja, das sieht man im Spiel logischerweise auch, aber ist halt ein nützliches Gimmick, wenn man hier rufguckt und sieht, oh, orange, ich müsste mal wieder Energie nachtanken. Die Anschlüsse sahen identisch aus, wie jetzt hier auch, bei der PS4 Pro, also beim neuen Controller. Na, mal gucken. Vor allen Dingen kommt ja dann dazu, ich glaube nicht, dass der Original-Standfuß, den ich habe, und die anderen Standfüße, dass die kompatibel sind, weil die hat ja eine andere Form und selbst der Original-Standfuß. Also kommt noch dazu, ich bräuchte einen neuen Standfuß. Meine Kamera würde passen, aber sieht ja optisch natürlich nicht passend aus, also gibt es ja auch eine neue Kamera, die jetzt ein bisschen anders aussieht. Da hätte ich mir auch gewünscht, weil dazu haben sie nichts weiter gesagt, nur dass die Kamera einen anderen Look bekommt. Da hätte ich mir echt gewünscht, dass sie bei der Kamera ein bisschen draufpacken, dass man da ein bisschen Innovationen rin klatscht. Weil ich kann aus Erfahrung berichten, ich habe zum Beispiel das Spiel Rabbids für PS4 von Ubisoft. Für, was habe ich es da kauft? 29,95 oder so bei Amazon. Ich weiß es nicht, hundertprozentig, aber teuer war es nicht. Ich alleine kann super damit spielen, also man hat eine Kamera und muss dann halt das machen, was die Hasen sagen, oder was dann halt angezeigt wird. Ich alleine, super. Einmal frei. Ich mit meinem besten Freund oder Freundin, also meiner Freundin, auch super. Ich und meine Tochter, nicht super. Meine Tochter und meine Freundin, super. Aber ich und meine Tochter, scheiße. Weil die Kamera, die hat zwar zwei Linsen, aber die kann nicht unterscheiden, die arbeitet nicht zusammen, dass einer groß und einer klein ist. Und dann switcht die hin und her und dann nimmt sie einfach den großen. Oder manchmal hat sie auch meine Tochter genommen und ich war da auch außen vor gelassen. Also das hat nicht funktioniert. Also da würde ich mir ein bisschen mehr Innovation wünschen, wenn sie so Family-Spiele machen und Sony hat ja gesagt, dass sie da ein bisschen mehr so auch in die Family-Ecke wollen. Da brauchen wir auch Hardware, die das unterstützt, die halt auch das unterstützt, wenn Eltern mit ihren Kindern spielen wollen und nicht entweder spielt Papa alleine oder Tochter alleine oder Mama, Papa oder Tochter und Freundin, aber oder Freund, aber halt nicht. Nicht Papa mit Tochter, weil das mit der Kamera nicht enthaut. Das finde ich echt armselig, das ist echt scheiße. Aber so im Großen und Ganzen, hm, bleiben halt viele Fragen offen. Wenn ihr, ja mich würde auch interessieren, postet es doch einfach mal unten in die Videobeschreibung. Habt ihr eine PS4 und seid am überlegen, ob ihr die Pro holt? Habt ihr noch keine PS4 und seid am überlegen, ob ihr euch die Slim oder Pro holt? Oder vielleicht eine Xbox One oder Xbox Scorpio? Oder habt ihr eine Xbox und seid am überlegen, ob Playstation umzuschwingen? Das würde mich interessieren. Weil die Scorpio hat meines Wissens, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, so ein bisschen mehr Power als die Playstation 4 Pro. Aber wie gesagt, ich mag den Controller nicht. Ich bleibe bei Playstation 4. Ich kenne auch nur Leute, fast nur Leute, die Playstation 4 haben. Also von daher, ich bin PS-Zocker und werde es ewig bleiben. Ja, viele Fragen sind offen. Wir müssen warten, was Sony jetzt in den nächsten Tagen oder nächsten Wochen für Informationen rausrückt. Im Prinzip gibt es nicht wirklich einen Grund, um auf die neue umzuschwingen. Also die einzelnen Gründe wären einfach echt nur wegen VR und weil sie ein bisschen mehr Power hat und die Grafik ein bisschen mehr hochpowert als die normale Konsole. Obwohl die kriegt dann auch HDR, hat dann aber auch immer nur noch Full HD. Und die PS Pro, die hat dann halt eine hochgerenderte 4K und dann noch HDR. Ja, kann ich mir schon gut vorstellen, dass es besser aussieht. Das wären aber auch die einzelnen Gründe. Obwohl man weiß nicht, ob HDR kompatibel ist. Ich werde es an meinem Fernseher sehen, wenn der Patch ausgerollt wird und alle Playstations HDR bekommen, wie das aussieht mit dem Bild. Wenn sich da natürlich deutlich einen Unterschied bemerkbar macht und man durch 4K und HDR noch mal ein bisschen weiter rausholen kann, dann denke ich mal ganz stark, dass ich sie mir holen werde. Ich weiß nicht, ob ich sie mir von Anfang an gleich holen werde, weil, wie gesagt, ist ja eigentlich vorgefallen hier. Aber ich bin stark am Überlegen und Rechnen, wie ich das mache, dass alles klappt und dass ich sie mir vielleicht leisten kann. Obwohl ich da immer noch auch, ich könnte eigentlich, ich habe es ja schon durchgerechnet, ich könnte mir die ohne Probleme, könnte ich mir die holen. Aber muss es sein, will ich sie unbedingt so doll, eigentlich schon, ja, aber es gibt halt Punkte, die man abwägen muss, wenn man Familienpapa ist und so. Deswegen, eure Meinung würde mich interessieren, wie ich gesagt habe. Das würde mich mal interessieren, ob ihr da unbedingt oder ob er sagt, ich lasse sie jetzt laufen und dann ist gut. Weil die PS4 sollte ja auch nur die halbe Wertigkeitszeit haben wie PS3. PS3 war um die 10 Jahre da. Die PS4 gibt es jetzt, glaube ich, 3 Jahre. Seit 2013. 2013 kam die, glaube ich, raus, oder? Boah, scheiße, ist schon so lange her. Ich weiß es ja auch nicht. Ich glaube, 13. Oder? Doch, doch, die kam 2013, glaube ich, raus. Bin mir da jetzt nicht hundertprozentig sicher. Aber ich habe ja die Wikipedia-Seite offen von der PS4. Ja, doch. In Europa am 15. November, was? Ne, 29. da unten. 15. November, Amerika. 29. November 2013. Ja, die wird jetzt 3 Jahre. Und nach 3 Jahren kommt jetzt PS4 Pro. Am 10. November aber. Ja, also. Wenn die wirklich 5 Jahre nur halten soll, die PS4. Und wenn ich sie mir jetzt hole und in 2 Jahren schon wieder 300 oder 400 Euro ausgeben soll für die PS5. Das sind alles so Beweggründe, wo man am überlegen ist. Aber geil aussehen tut sie. Mehr Power hat sie auch. Ja, wie gesagt, ich bin da absolut im Zwiespalt. Ich habe PS4 Pro, hier ein paar Daten rausgesucht. 1TB wird sie haben. GDR 5, 8GB. Nur ein paar Daten zu nennen. Jaguar 8-Core. Optical Drive, BD6 Speed, DVD 8 Speed, USB 3.1 Gen 1, 3x AUX Port. Ach ne, 3x. Port 3x. Achso, da haben sie ein bisschen doof geschrieben. Aux Port einmal. Also AUX ist das für die Kamera. Und USB 3.1 Gen 1 sind 3 Ports. Also sind alle 3 USB Ports USB 3.0. Bluetooth 4.0. 60 Hertz. 310 Watt. HDMI Output, 4K, HDR Output, Optical Drive. Output Terminal. Ja, die hat eine Optical. Ich wese es nicht. Ich wese es nicht. Was aber positiv ist, ja, ob man PS4, PS4 Slim oder Pro hat, man kann weiterhin miteinander spielen. Also wenn mein bester Freund die normale PS4 hat, die Pro zum Beispiel, und ein anderer Kumpel sich die Slim geholt hat, könnten wir ohne Probleme spielen. Ist im Prinzip, ja, ist gleich, aber ist ja gleiche PSN drauf und so, das war im Prinzip schon klar. Aber ich würde mir eher wünschen, dass sie noch ein paar Spiele auf die PS4 hochholen, die es für die PS3 gab. Momentan ist ja so der Trend gerade da, dass man PS3 Spiele oder PS2 Spiele hochrendert und bearbeitet für PS4. GTA Vice City, GTA San Andreas, GTA 3 und gibt es auch als Bundle. Leider, Brutal Legend ist immer noch nicht da. Das würde ich mir so wünschen. Ich würde mir so wünschen, dafür würde ich sofort Geld ausnehmen, sage ich euch, so wie es ist. Brutal Legend für, oder Brutal Legend für die PS4. Und vielleicht soll ich ja noch ein zweiter Teil, die würde ich mir bitte holen. Oh, das ist eins von meinen absoluten Lieblingsspielen wie Assassin's Creed. Aber naja, bis jetzt, also ich, um mal so ein Fazit zu ziehen, seit ich die PS4 habe, bin ich mit der PS4 sehr zufrieden. Sie läuft, meine ist natürlich ein Stück lauter als die neue Generation, also die PS4 in der neuesten Generation, also nicht Pro oder Slim. Aber es macht sich auch nicht wirklich, man hört es irgendwann, man überhört es irgendwann. Mit dem neuen Software-Update kann man eigentlich Ordner erstellen, das ist schon mal positiv. Ich würde mir jetzt noch eine Video-Chat-Funktion wünschen, oder Video-Party-Funktion wünschen, wenn man schon eine Kamera hat. Ja, also Sony fügt immer einzelne Sachen jetzt nach, die wir auf der PS3 schon hatten. Wo ich mir von Anfang an gesagt habe, oder gefragt habe, warum gibt es in der PS4 nicht das, was ich in der PS3 habe? Warum bringt man ein Menü raus, wo einige Sachen fehlen und die nach und nach drin gepatcht werden? Das hätte man ein bisschen besser machen können. Auch die Schnellstart-Funktion, also wenn man den Power-Knopf jetzt, den Playstation-Knopf drückt, haben sie jetzt optimiert. Jetzt ist es wirklich übersichtlich, man kann sich das auch anordnen. Das sind so Sachen, wo ich mir frage, warum jetzt erst? Warum? Aber naja, ich schweife schon wieder ab. Ich bin schon wieder viel zu lange damit bei. So lange wollte ich das Video ja nicht machen. Ich wollte eigentlich noch ein paar Fragen beantworten. Ich werde jetzt hier auch erstmal einen Schluss machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Was ist mit euch? Wird ich jetzt gut, oder was? Die pennen hier alle beide. Also hier ist Mausi, da ist Lucky. Der Ticker liegt hier hinter dem Laptop und pennt. Die sind OKO von der Hälfte war. Ich werde jetzt, wie gesagt, hier erstmal Schluss machen. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, lasst mir einen Daumen oben da. In den Videokommentaren könnt ihr mal posten, was ihr davon haltet. Pro, Slim, normale oder vielleicht Xbox Scorpio, Xbox One. Was eure Beweggründe sind und ob ihr umsteigen wollen würdet, wenn ihr die normale PS4 habt oder von Xbox auf PS4 Pro oder was weiß ich. Oder von PS4 auf Xbox Scorpio, die hier kommen soll. Ich werde euch in die Videobeschreibung die Wikipedia-Seite von Playstation klatschen. Dann könnt ihr das Datum von der Playstation nachlesen. Und ich denke mal, da werden die anderen, die PS4 Pro und die Slim, dann auch nachgereicht mit Daten. Das dauert halt nur eine Weile. Und ich werde euch die Seite reinpacken, wo ich die Daten zur Pro gefunden habe. Und noch eine schöne Seite, wo ihr Bilder sehen könnt und ein paar Daten von der Slim. Ich freue mich auf regen Austausch mit euch. Ich wünsche euch einen schönen Abend, guten Tag, guten Mittag, keine Ahnung, wann ihr guckt. Ahoi, sagt euer Odin.